Hello, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Lesevlog. Ja, heute ist ein wunderschöner, sonniger, gemütlicher Oktobertag. Ich habe hier eine Tasse Tee, eine Tasse Hustentee, weil mein Hals immer noch nicht okay ist. Ich habe Kerzen, ich habe Lichter und ich habe Bücher. Die Bücher, um die es in diesem Vlog höchstwahrscheinlich gehen wird, ist zum einen von Silvia Moreno-Garcia, Silberne Geister. Das war ein Buch, das ich schon tatsächlich etwas länger zu Hause hatte. Ja, jetzt ist es an der Zeit, das Buch zu lesen, denn in dem Buch geht es um alte Horrorfilme und ich denke, das passt jetzt ganz, ganz gut in den Oktober. Und das zweite Buch, bei dem ich schon ziemlich weit bin, ist The Spellshop von Sarah Beth Durst. The Spellshop ist ja erst gerade auch auf Deutsch erschienen. Das hier ist die englische Outgrade-Ausgabe, deswegen sieht die so aus. Ihr habt sie vielleicht noch nie gesehen, aber The Spellshop gibt es auch auf Deutsch. Und ja, das sind so die beiden Bücher, die ich mir jetzt zu Beginn weg mal vornehmen möchte. Ich erzähle euch jetzt zu Silberne Geister wahrscheinlich mal ein bisschen mehr. Ich bin aktuell auf Seite 51, das dritte Kapitel. Und das Buch ist bis jetzt ein bisschen langsam, aber es gefällt mir sehr gut. Kurze Anmerkung, mein Computer, der ist da im Hintergrund am Arbeiten und der läuft in Machertau. Und er ist so stark am Rauschen. Ich hoffe, ihr könnt das nicht allzu gut hören. Silberne Geister von Silvia Moreno-Garcia ist mein drittes Buch der Autorin. Ich habe bis jetzt von ihr Mexican Gothic und die Tochter des Dr. Moreau gelesen. Und ja, wie gesagt, in diesem Buch geht es um Horrorfilme. Und zwar spielt das Buch in Mexiko zu Beginn in den 1990er Jahren. Und es geht um eine junge Frau namens Montserrat. Ich weiß nicht, ob man den Namen wirklich so ausspricht. Aber sie und ihr bester Freund Tristan. Die zwei sind beste Freunde, seit sie denken können. Und Montserrat, sie ist Soundeditorin für Filme, für alles Mögliche, was halt Sound braucht. Und Tristan, der war in seiner Jugend ein Schauspieler. Mittlerweile ist er eher nur noch Synchronsprecher. Also die beiden haben ziemlich viel mit Film zu tun. Ja, und die beiden haben eine große Vorliebe für einen alten Horrorfilm-Regisseur. Wie hieß der nun schon wieder? Abel Urueta. Und er hat einige von Montserrat's absoluten Lieblingshorrorfilme damals gedreht. Und wie der Zufall will, Tristan zieht um. Und in dem Haus, in dem er jetzt wohnt, wohnt eben dieser Regisseur in einer anderen Wohnung. Die beiden lernen sich kennen und verabreden sich für ein Abendessen. Und ich vermute, von da an wird dann die Geschichte ins Rollen kommen. Denn der Klappentext, der verrät bereits, dass unsere Protagonisten es mit einem nie fertiggestellten Horrorfilm zu tun haben werden. Ich vermute, die beiden werden dann an dem arbeiten. Und ich vermute, dass der alte Regisseur etwas mit diesem alten, unvollständigen Horrorfilm zu tun haben wird. Also ja, ich bin jetzt gerade dabei, bevor die beiden den Regisseur zum Abendessen treffen werden. Und wie gesagt, bis jetzt, es gefällt mir gut. Es ist ein bisschen langsam. Es ist auch ein ziemlich dickes Buch. Mal schauen, wo die Geschichte noch so hingehen wird. Ich werde euch da wieder Updates geben. Und das zweite Buch, das ich gerade lese, The Spell Shop. Bei The Spell Shop bin ich auf Seite 68. Und das Buch, das gefällt mir bis jetzt auch sehr, sehr gut. Weil das ist ein cozy Fantasy-Buch. Ja, es ist ein Low-Stakes-Buch mit vielen magischen Elementen. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Damit ihr so ein bisschen einen Referenzpunkt habt. Viele von euch kennen ja das Buch Magie und Milchstern von Travis Baldry. Das ist ja so das cozy Fantasy-Buch, das die letzten Jahre auf Social Media gehypt wurde. Und das ist für mich bis jetzt, ich glaube, so ein bisschen ein Nachfolger. In diesem Buch geht es um die Protagonistin Kiela oder Kiela. Je nachdem, ob ihr das IE halt aussprechen möchtet oder nicht. Auf jeden Fall geht es um Kiela, die in einer Bibliothek arbeitet. Sie ist sehr menschenscheu. Sie braucht eigentlich nichts außer ihre Bücher. Und ihren kleinen Begleiter, den man hier auch sehen kann, ihr kleiner Begleiter, der ist eine Pflanze. Ja, der kann sprechen, der kann mit ihr reden, der kann mit ihr irgendwo hingehen, der hilft ihr, er ist sozusagen ihr Assistent. Ja, und Kiela, wir nennen sie jetzt einfach Kiela, okay? Kiela und die kleine Pflanze sind beste Freunde, beide sehr introvertiert, wobei die Pflanze etwas weniger. Allerdings zu Beginn vom Buch wird die Stadt, in der Kiela wohnt, und arbeitet, ja, wie soll ich sagen, dem Erdboden gleichgemacht. Alles geht in Flammen auf. Und Kiela schafft es, noch einige ihrer geliebten Bücher einzupacken und zusammen mit der Pflanze zu flüchten. Und Kiela entscheidet sich dann, dahin zu flüchten, wo sie herkommt. Denn ihre Eltern haben mit ihr auf einer Insel gelebt, bis Kiela acht Jahre alt war. Und von da sind sie dann in die Stadt gezogen. Und ja, da sie nun nicht wirklich viele andere Möglichkeiten hat, geht Kiela und ihrem Pflanzenfreund wieder zurück auf diese Insel. Und sie kommen dann da an, richten das alte Cottage, wo Kiela aufgewachsen ist, wieder her. Und Kiela, sie ist so eine süße Protagonistin, weil sie stolz sich total davor, in die Stadt zu gehen und halt Lebensmittel einzukaufen, weil sie halt wirklich mit niemandem reden will. Ja, sie geht dann allerdings mal in die Stadt, trifft da auch ein paar Leute. Ja, und so weit bin ich in der Geschichte bis jetzt eigentlich. Also es ist sehr cozy, es passiert nicht extrem viel in dem Sinn, aber es ist einfach so eine mega süße Geschichte bis jetzt. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, denn so wie ich es bis jetzt rausgehört habe, gibt es Magie in dem Land, wo Kiela lebt. Allerdings darf sie nicht wirklich praktiziert werden, beziehungsweise es ist bis zu einem gewissen Grad auch verboten. Aber ja, Magie wird halt noch ins Spiel kommen, denke ich. Und ich weiß nicht, ob es dann noch gefährlich werden wird, aber ich werde euch auf jeden Fall wieder updaten. Ja, das war es mal zum jetzigen Stand zu diesen beiden Büchern. Ich werde euch anschließend noch ein paar Sequenzen einblenden, die ich bereits gefilmt habe, vor allem von Silberner Geister. Das Buch habe ich nämlich gestern begonnen zu lesen. Ja, und dann schauen wir mal, was der Vlog so bringt. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß und wir sehen uns später wieder. Ja, wir sehen uns später wieder. Ja, wir sehen uns später wieder. Ja, wir sehen uns später wieder. So, Freunde, hallo. Ich habe ganz kurz ein kleines Update für euch, bevor es zur Arbeit geht. Und zwar habe ich gestern Silberner Geister von Silvia Moreno-Garcia fertig gelesen. Und ich glaube, ich habe euch nur zu Beginn vom Video kurz gesagt, um was es geht und nachher nie wieder was zu dem Buch gesagt. Auf jeden Fall, ich habe das Buch gestern beendet und das Buch hat sich so unglaublich lange angefühlt. Also das Buch hat 490 Seiten, was ja nicht extrem viel ist, aber dennoch hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie ein halbes Jahr an dem Buch gelesen. Also ganz ehrlich, 100 Seiten weniger hätten es auch getan. Und ganz ehrlich, für die Geschichte, wie das Buch erzählt, ein bisschen weniger hätte wirklich vollkommen gereicht. Weil ich weiß noch, als ich in der Hälfte von dem Buch war, dachte ich mir, okay, jetzt könnte eigentlich noch so kurz eine Aufklärung der Geschehnisse stattfinden und dann könnte das Buch eigentlich vorbei sein. Aber nein, das Buch ging dann nochmal 200 Seiten weiter. Ja, also, in dem Buch haben wir ja Monserrat, die zusammen mit ihrem Kindheitsfreund Tristan den Regisseur von alten Horrorfilmen kennenlernt. Und der Regisseur, der eröffnet ihnen dann, dass er einen unvollendeten Film hat, den er sehr gerne noch fertigstellen möchte. Dazu braucht er die Hilfe von Monserrat und Tristan. Die beiden willigen ein, nicht ahnend, dass das Ganze eine Kette von Ereignissen ins Rollen bringt, die dann sehr ins Paranormale hinübergleitet. Denn das Fertigstellen des Films, ja, das ruft Kräfte ins Leben. Also, Geister tauchen dann irgendwie auf, bedrohen tatsächlich auch die Leben von den, ja, den drei Gespänchen. Und das Ganze hat auch sehr, sehr viel mit Okkultismus zu tun, mit Magie zu tun, also mit eher, ja, mit eher schwarzer Magie. Wir befinden uns in dem Buch zwar in Mexiko, aber einer der Personen, die sehr, sehr wichtig ist in dem Buch, zwar zu dem Zeitpunkt, an dem die Geschichte stattfindet, bereits tot. Das ist ein deutscher Mann, der während der NS-Zeit wohl von Deutschland nach Mexiko ging, geflohen ist. Ich habe sie schon wieder vergessen. Und das Buch, ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch wirft mit sehr vielen Phrasen und Themen um sich. Also, so das ganze Thema, die weiße Rasse, vielleicht aus Atlantis stammend, die Vril-Gesellschaft, die Thule-Gesellschaft. Also, das Buch kommt mit sehr, sehr vielen Themen um die Ecke, die halt in der, ja, quasi so im Nazi-Okkultismus sehr, sehr große Themen sind. Wenn man sich allerdings noch nie damit beschäftigt hat, hat man keine Ahnung, was das Buch einem erzählen will, weil die Autorin, die wirft diese Worte einfach so in den Raum, um halt die Backstory von unserem, ja, toten Nazi-Okkultisten zu erzählen. Allerdings erklärt sie dann gar nicht, was das alles überhaupt ist. Also, wenn man sich nicht eh schon mal mit dem Thema beschäftigt hat, dann hat man keine Ahnung, von was die Autorin jetzt genau redet. Also, das wollte ich euch irgendwie so als Info noch kurz da lassen. Aber es war, es war tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Buch, einfach vom Grundthema her. Allerdings diese ganze, ja, dieses ganze Deutschland in den frühen 40er Jahren, Okkultismus-Dingens, ich weiß nicht, hätte es das wirklich in der Geschichte gebraucht? Hätte man das nicht auch irgendwie anders erzählen können? Also, das hätte so eine, so eine kurze, brenzlige, interessante Horror-Story werden können. Aber irgendwie war es mir dann schlussendlich einfach zu langatmig, weil das Buch einfach nicht fertig wurde und nicht fertig wurde. Wahrscheinlich könnt ihr mit meinen Aussagen jetzt gar nicht so viel anfangen, wenn ihr das Buch nicht selber gelesen habt. Aber ich hoffe, ja, ich konnte euch trotzdem ein kleines Bild zu Silberner Geister geben. Es war ein sehr interessantes Grundthema. Ja, ich weiß nicht, also das ist jetzt das dritte Buch von der Autorin, das auf Deutsch erscheint, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe nur das erste, das übersetzt wurde, Mexican Gothic, richtig, richtig toll gefunden. Das zweite, die Tochter des Dr. Moreau, fand ich auch so irgendwie so ein bisschen lang, ein bisschen vorhersehbar, so mhm. Und das hier war irgendwie auch nur so, mhm, hat spannend begonnen, wurde dann irgendwie so ein bisschen zum Kaugummi, versteht ihr? Ja, tut mir echt leid, dass ich jetzt nicht so mega begeistert bin von dem Buch. Wäre es ein bisschen kürzer gewesen, wäre dieser, dieser tote Mann, von dem wir ja sehr viel mitbekommen, vielleicht ein anderer gewesen als der deutsche Nazi, dann wäre es vielleicht auch irgendwie spannender gewesen. Keine Ahnung, also ich denke, die Autorin hätte auch irgendwie sehr, sehr viel so, ähm, ja, halt sie, ich glaube, sie kommt auch aus Mexiko, ihre Bücher spielen immer irgendwie in, ähm, Mittelamerika, man hätte irgendwie so solche magischen Elemente, so ein bisschen Okkultismus aus der Region einfließen lassen können, das hätte ich sehr, sehr spannend gefunden, weil ich da irgendwie nichts drüber weiß, aber ja, ich glaube, ich höre jetzt auf zu reden, ich muss auch gleich zum Zug, ich muss zur Arbeit. Aber ich wollte euch noch kurz ein Update da lassen, äh, war so ein Drei-Sterne-Buch, ein Dreieinhalb-Sterne-Buch, ich weiß es nicht, ich will irgendwie nicht so böse zu dem Buch sein, aber irgendwann hat es mich leider doch ein bisschen verloren. Ja, soviel zu Silberner Geister, ich bin aktuell gerade noch, ähm, The Spell Shop am Lesen, da gebe ich euch dann auch irgendwann noch ein Update, weil ich bin da mittlerweile ungefähr in der Hälfte, aber jetzt muss ich zur Arbeit. Ja, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag, wie spät es bei euch auch immer ist und ich muss jetzt gehen. Ciao, Freunde! Ja, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag, wie spät es bei euch, Ja, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag, wie spät es bei euch, Ja, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag, wie spät es bei euch, und ich wünsche euch auch ein und liebe die Nachenten erst auf dem Weg. Ja, ich wünsche euch auch Billy Lots So, liebe Bücherfreunde, willkommen zum letzten Teil von diesem Video, denn ich habe mittlerweile The Spell Shop fertig gelesen und es tut mir leid. Auch hier wieder kein Zwischenupdate, kein generelles Update zum Buch. Ich bin jetzt einfach durch und ich habe die letzten Tage so wenig gefilmt. Ich war fast nie zu Hause und hatte meine Kamera nie dabei. Deswegen war dieses Video jetzt irgendwie einfach so ein bisschen chaotisch. Vielleicht kommt es bei euch nicht so rüber, aber für mich war das Ganze irgendwie ein bisschen chaotisch. Auf jeden Fall habe ich auch The Spell Shop mittlerweile fertig gelesen. Und es freut mich sehr zu sagen, dass mir dieses Buch zur Erwechslung mal wieder gut gefallen hat. Denn die letzten Bücher, die ich gelesen habe, also sicher so die letzten fünf Bücher, die waren alle so eher bis halt Abbruchalarm. Aber The Spell Shop, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe euch ja zu Beginn vom Video erzählt, wie wir in die Geschichte starten. Also ihr wisst ja ein bisschen, um was es geht. Und ich fand das Buch einfach so gemütlich. Es war wie so eine warme Umarmung. Und wenn euch von Travis Baldry Legends and Lottis oder Magie und Milch schaum, wie es auf Deutsch heißt, wenn euch das gefällt, schaut euch unbedingt The Spell Shop an. Das wird euch auch sehr gefallen. Denn ja, wir sind ja mit Kila wieder zurück in ihre alten Heimat. Sie ist ja auf die Insel geflohen nach dem Brand in der Stadt. Und auf der Insel muss sie wohl oder übel halt mit den Anwohnern der Insel ein bisschen reden. Sie muss ja Essen von ihnen kaufen. Sie muss halt irgendwie sich da ein bisschen integrieren, auch wenn sie das eigentlich gar nicht will. Aber natürlich sind alle Personen, also fast alle auf der Insel super nett zu ihr und heißen sie willkommen zu Hause und unterstützen sie bei der Ansiedlung in ihrem alten Zuhause. Und es ist einfach so schön. Natürlich haben wir hier auch wieder so Gefahrenpotenzial. Also wir haben jemanden, der auf die Insel kommt und uns so versucht, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und es wird dann so ein bisschen holprig und so ein bisschen brenzlig. Und die gesamten Inselanwohner, die müssen einfach zusammenhalten, um eine Lösung zu finden. Ja, und das ist einfach so schön, wie fast alle Personen in dem Buch einfach so nett sind und so wohlwollend sind und einfach Kila helfen. Man möchte sie einfach gerne umarmen. Also wir haben hier auf der Insel ganz viele magische Kreaturen. Also wir haben es dann auch mit See... Heißen sie See... Nein, es sind keine Seepferdchen, weil es sind halt Pferde, die aber auch zum Teil irgendwie Fisch sind. Wie heißen diese Kreaturen? Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, wir haben solche. Wir haben im Verlauf der Geschichte dann nicht nur Käse, die sprechende Pflanze hier, die Kielas Begleiter ist, sondern auch andere sprechende Pflanzen. Wir haben geflügelte Katzen. Es ist einfach toll. Also ganz viele magische Wesen, die die Geschichte einfach so warmherzig und so wohlwollend machen. Im Verlauf der Geschichte kommen dann schon noch ein paar Situationen auf sie zu, in denen es so ein bisschen gefährlich wird und in denen halt, ja, sie alle beweisen müssen, dass sie ein Dorf sind, dass sie eine Gemeinschaft sind, dass sie zusammenhalten und dass sie zusammen alles schaffen können. Also ich denke, ihr könnt euch wahrscheinlich eh schon vorstellen, dass diese Art von Buch ein Happy End hat. Ja, es war dann auch so. Es ist mega schön. Ja, und ich bin wirklich sehr froh, dass ich jetzt wieder mal so ein richtig schönes, gemütliches Buch gelesen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch, also das hier ist ja das Englische, das Buch hat nur 375 Seiten. Das deutsche Buch, die deutsche Übersetzung hier von dir kürzlich erschien, ich habe das Gefühl, die ist so fett. Also ich muss ehrlich sagen, auch bei diesem Buch, wie auch schon bei Silberne Geister, ich muss ehrlich sagen, ein Ticken kürzer hätte es auch getan. Weil ich finde so diese Art Buch, also so die Cozy Fantasy Bücher, die sind so perfekt, um sie mal zwischendurch zu lesen. Einfach so, ja, um mal wieder ein bisschen gute Vibes in sich hineinzuschaufeln, um so ein Buch zu lesen, das einem eine Umarmung gibt. Aber irgendwie empfand ich das trotzdem als ein bisschen lang. Also ich habe das Buch jetzt, keine Ahnung, gefühlt 10 Tage lang gelesen und das jeden Tag. Und irgendwie, auch wenn die Geschichte mega süß ist und ich mega gerne in der Welt war, in der Kila lebt, mit ihren neuen Freunden auf der Insel. Es war mega schön, aber es hat sich eingefühlt, dass wir es gar nie enden. Was irgendwie schön ist, aber irgendwie auch nicht, weil man möchte ja noch andere Bücher lesen, versteht ihr? Also alles in allem, es ist ein Vier-Sterne-Buch. Ich fand es wirklich süß, wirklich schön. Ich kann es euch sehr ans Herz legen, wenn ihr Cozy Fantasy möchtet. Auch wenn es für mich persönlich ein Ticken zu lang war. Trotzdem, es ist mega toll. Und ich glaube, es ist bereits ein zweiter Teil auf dem Weg. Zumindest habe ich im Englischen schon, ja, das Cover von einem zweiten Teil gesehen. Also den zweiten Teil, den werde ich auf jeden Fall auch lesen. Es war schön, es war wirklich schön. Es war eine warme Umarmung. Ich kann es euch empfehlen. Ja, mehr dazu weiß ich jetzt nicht zu sagen. Dementsprechend sind wir am Ende vom Vlog angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es irgendwie ein bisschen chaotisch war die letzten Tage. Aber ihr habt das wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen am anderen Ende vom Bildschirm. Aber ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr zugesehen habt. Falls ihr die beiden Bücher, die wir, also ich in dem Vlog gelesen habe, falls ihr die schon kennt, falls ihr sie auch gelesen habt, lasst mir unbedingt eure Meinungen da. Das würde mich sehr interessieren. Ja, bitte haltet das Spoiler frei, falls jemand die Kommentare dann liest, der die Bücher noch nicht gelesen hat und das noch vorhat. Aber ja, lasst mir eure Meinungen da, lasst uns ein bisschen austauschen und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wieder sehen werden. Und bis dahin, macht's gut, liebe Freunde. Wir sehen uns sehr bald wieder. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.